Ach, deine Quests... wurden auch angezeigt. Boah, da stehen schon die ersten Gelegenheiten rechts, Alter. Achtet auf andere Sölten im Gebiet. Oh, das ist nah. Da ist ein Auto. Wer ist nah? Der Typ. Radioaktiv. Geht zum Auto und dann klatschen wir mal da rein. Ah, der Kölzer ist wahrscheinlich dabei. Hä, was ist denn das Gespräch hat? Ich hab die falsche dabei. Er macht sein eigenes Ding. Auf, egal. Achtung, hier sind NPCs. Ich hab schon keine Platten mehr. Das wird den Tresor geholt? Ja, aus Versehen. Ich hab auch schon. Ach, was Ihr macht. Benutzen, um... Ach, das ist ungefähr. Benutzen, um dir... ...umh... ...umh... ...unh... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich habe nicht immer Rüstung besorgen. Da ist noch einer. Ja, ich habe keine Rüstung mehr. Mörserschlag. Gut. Sehr gut. Hast du Platten übrig? Warte, ich gucke. Hm, nein. Drei Stück. Warte, das gebe ich dir. Ich habe zwar keine mehr, aber das bringt dir auch nichts, weil ich lebe und ich kann sagen, wenn du mit drei auf Tasche stirbst und ich habe trotzdem keine. Ja, was machen wir jetzt? Auto und dahin oder was machen wir? Mh, auf der Tasche kannst du einen Schlag, ne? Ja. Lass mal hin. Mh, sieht so aus. Sieht so aus. Ah, ne, du fährst falsch Richtung. Ja, dann. Hier runter. Und dann, hier geht es rein. Bist du was? Ja, ne. Ich sehe jetzt den ersten Punkt. Ja, 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 ja. Wir sind ja fast da. Ja, ja, ja. Geradeaus, dann kommt gleich die Stadt links. Jetzt, wenn du auf der Straße bist, durch links, 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 links. Ja, links, Straße. Ja, dann geht's. Dann geht's langsam mal gleich. Warte mal, ich markier mal, ich habe ja hier das Auto markiert. Gehen raus, 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 raus. Und rein, hier Kommando. Benutze die Gasmaske im Gebiet und halte dich nicht zu lange dort auf. Ich war dann aber da schon. Mal gucken wir mal. Bestätigt. Verbesserte Drohne beginnt Überflug. Suche am Heinten läuft. Untermörserflach ist der Anflug. Zieh mal Kalt. Alter. Rechnet mit Kontakt. Jetzt hab ich keine Klappen, das sind. Das ist sicher. Erzähl mal, wie viele Boys da sind. Hm. Vielleicht doch beim nächsten Mal lieber abcampen, oder? Ich glaub so, wir können ja jetzt noch mal gucken von hier aus. Der Chemiker scheitert noch da zu sein, ne? Weil, ich hab' ja gerade gesagt. Verbesserte Drohne kehrt zur Basis zurück. Da ist der. Und sein, gesteigerte Anflug. Halt mich auf. Direkte Bisschen. Ja, fahr' du mal mit dem Auto rein, ich geb' dir mal Rückendeckung von hier. Da ist der Chemiker. Ich glaub' ich hab' ihn erwischt. Ultra 1, gute Arbeit, der Chemiker ist ausgeschaltet. Wer ist halt, schade? Öh, das ist schon nochmal mal 4 gesichert. Digga, ich bin tot. Was ist der Chemiker? Gebt mich auf! Ja, ich fahr' gerade mit dem Auto in die Zone. Hier ist er. Hier. Da liegt auch die Waffe. Ja, ich fahr' einfach da raus. Oh. Ich bin tot, Kai. Ich liege vorm Chemiker. Vor der Waffe. Deswegen hab' ich ja gesagt, meine Hä... Ja, hab' ich doch gesagt. Genau rechts von der Mülltonne. Hinter dir, darüber, über den Zaun, über den Zaun. Da links, da liege ich. Da liegt die Waffe. Nimm die Waffe. Da links von dir. Da auf dem Fuß. Morgen, Alter. Und jetzt hebt mich auf. Alter. Ich seh' gar nichts, ich seh' keinen Balken, ich seh' nix wie... Ich renne jetzt, ich renne einfach durch und wir raus. Hast du den? Ich hab's den? Jawohl, ich raus. Oh, ich auch. Gut. Weg hier. Ich hab'n leichten Herzkamister. Vorsichtig. Ja, wir sind hier scheiße, Kai. Das ist kacke, Kai. Ja, dann gehen wir jetzt noch nach hinten. Ja, hier ist alles voll am... Bleib doch ruhig, Alter. Komm doch wieder her. Ja, ich renne noch weg von... ULF 1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. So, jetzt erst mal konzentrieren. Wo ist... Hier ist ein Abfahrtpoint. Da gehen wir jetzt hin. Ist hier irgendwo ein Auto in der Nähe? Ich hab... Ja. Nein. Doch, ja, genau. Oh, perfekt. Du musst nur im Flugzeug die Waffe einmal fallen lassen, ne? Achtung, da rechts. Okay, hat er nicht gesehen. Rechts sind alles Bots, ne? Okay. Ja, ich hab'n gesehen. Ich brauch' wieder Platten, ey. Ich brauch' die Jungs. Was? Was ist denn, wohin? Achtung, wir haben einen Waffenkoffer geborgen. Geh' durch zum Auto und... Oh mein Gott, gut, dass du mich nicht überfahren kannst. Du musst rechts fahren. An der nächsten rechts. Also hier rechts. Genau. Und dann geht's hier... Oh, ich weiß nicht, hier ist eine Brücke. Ich weiß nicht, ob die kaputt ist. Ich weiß nicht, ob der da freikommt. Ach, fuck. Da lang. Dann da lang. Und jetzt rechts. Genau. Und da ist der Ataufpunkt. Pass auf, ich spring kurz raus, ich spring kurz raus. Und aktivier' das Ding. Lass' ihn mal fallen. Ja. Guck her. Holger 1, hier Dino 4. Wir kommen jetzt zur Landeszone. Rutsch. Okay, Bruder, das wird jetzt richtig... Oh, ich hab' das Gefühl gekommen. Bleib mal ruhig. Das wär' jetzt mega nice, wenn wir's geschafft hätten, Karl. Holger 1, wir sehen die Landeszone. Ja, du siehst die Landeszone. Komm her hier. Ich seh' uns noch nicht weg. Die sieht aber nice aus, die Software. Komm runter da jetzt. Kai ist drin. Ich bin drin. Der Chief hat in den Rückwumpel fallen. Ich war ja das erste, wenn wir sie beide haben. Ja, wenn das alte bestätigt ist, dann kann man auch nichts abs. Ja. Aber sollte genau so sein. Also so wurde das erklärt, dass wenn du die dann abnimmst... Ja, der muss die aufnehmen, der andere droppt die, der andere nimmt die auf, dann hat er sie auf. Ja. Da bin ich, äh... Evakuierung geglückt. Mal gucken. Ja. 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 Ja.